Diese Runde, ja? Da müsst ihr die Kamera gehen. In dieser Position. Dass ich sie so halte, dann hast du gute Aufnahmen. Okay. Also was wir machen, hier heißt es oben oben. Rechts und unten. Ähnlich wie vorne. Hier und vorne. Wollen wir? Okay. Und jetzt fühlst du fast Schwere los. Wuhu. Kannst du die Kamera nehmen? Oh ja. Ich kann die Kamera übernehmen. Okay. Wow. Super, aber ich bin... Jaja, ist klar. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich bin es. Nichts, aber nicht. Aber! Ja, ja! Ja! Ha, ha! Hja. 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 Das wird noch ganz schön geschlafen. Ja. Kann doch irgendwo holen wir Stellen, wenn man keinen hat. Das kommt aber nicht langsam, das ist einfach so hoch. Da muss man sich ein bisschen berechnen. Soll ich aus diesem Stuhl herausstehen? Ja, das ist doch genial. Ja, das ist doch genial. Ja, das ist doch genial. Soll ich aus diesem Stuhl heraus? Ja, jetzt kannst du aufstehen. Ja, genau. Wieder einen Start. Jetzt geht es dann runter ziemlich schnell. Das ist normal. Hallo! Das ist so einfach, gell? Danke dir! Danke dir! Tschüss!